Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen. Heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Sichern Sie sich noch heute Ihr 24 in 1 Multitool inklusive Schraubendreher-Set und Gürteltasche. Damit sind Sie bestens gerüstet. Dank 24 Funktionen in nur einem einzigen Gerät haben Sie ab sofort immer das richtige Werkzeug parat. Eine Zange für sicheren Halt, einen Drahtschneider, ein großes und ein kleines Messer, ein schmaler und ein breiter Schraubendreher, ein Dreifach-Mutterndreher, ein Zoll-Lineal, ein Fisch-Entschupper, ein Dosen- und Flaschenöffner, eine Säge und eine Bit-Aufnahme für die elf mitgelieferten Schraubendreher-Bits. Dank der praktischen Gürteltasche haben Sie Ihr Werkzeug immer mit dabei. Und so erledigen Sie kleine Reparaturen im Nu. Diesen und viele weitere spannende Artikel finden Sie auch bei Perl TV 4K UHD. Sie empfangen uns über den Satelliten, in vielen deutschen Kabelnetzen und natürlich auch im Internet unter www.perl.tv. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrem 24 in 1 Multitool. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrem 25 in 1 Multitool. Untertitelung des ZDF, 2020